Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video in dieser Reihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. In den vorigen Videos haben wir schon einige Entdeckungen gemacht über die Zusammenhänge zwischen Differential- und Integralrechnung. Und jetzt ist es endlich soweit, jetzt wollen wir den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung formulieren. Der Hauptsatz besteht im Grunde aus zwei Teilen. Der erste Teil lautet wie folgt. Wenn f eine stetige Funktion ist, dann ist die Funktion f mit der Vorschrift f ist gleich das bestimmte Integral von a bis x von f dt, eine Stammfunktion von f. Es gilt also f' ist gleich f. Das entspricht genau der Entdeckung, die wir im vorigen Video gemacht haben, mit dem kleinen Zusatz, dass in den vorigen Beispielen die untere Grenze bei dieser Integralfunktion immer 0 war. Das muss nicht so sein und so wie hier wählt man allgemein einfach eine Stelle a aus dem Definitionsbereich von f. Der zweite Teil des Hauptsatzes liefert uns dann eine besonders praktische Formel zur Berechnung von bestimmten Integralen. Und zwar gilt, dass wenn f eine stetige Funktion ist, dass dann das bestimmte Integral in den Grenzen a und b von f von x dx einfach gleich F von b weniger F von a ist, wobei F eine Stammfunktion von f ist. Und nun wollen wir noch ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund sprechen. Es ist nämlich so, dass der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ein Bindeglied bzw. einen Meilenstein in der Kulturgeschichte darstellt. Er stellt nämlich eine Verbindung her zwischen zwei Kulturtechniken, die auf den ersten und auch auf den zweiten Blick nichts miteinander zu tun haben. Die erste Kulturtechnik ist Steigung von Funktionsgrafen berechnen und die zweite ist Flächeninhalte unter Funktionsgrafen berechnen. Zu diesen beiden Kulturtechniken kann ich übrigens die Videoreihen zu den Arbeitsblättern Differentialquotient und bestimmtes Integral von Sebastian und Sophia sehr herzlich empfehlen. Wir stellen uns zum Abschluss jetzt noch eine interessante Frage und zwar, was war zuerst da? Die Differential- oder die Integralrechnung? Was glaubst du? Nimm dir einen Augenblick Zeit, um über diese Frage nachzudenken und mache auch eine kurze Recherche. Bist du überrascht? Pausiere kurz das Video und danach reden wir noch ein bisschen darüber. Und? Hattest du recht? Tatsächlich ist es so, dass bereits im antiken Griechenland die Grundsteine für die Integralrechnung gelegt wurden und die Differentialrechnung und auch der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung erst im 17. Jahrhundert von Isaac Newton und Gottfried Leibniz entdeckt wurden. Also da lagen gut 2000 Jahre dazwischen. Warum wir das heutzutage in einer anderen Reihenfolge lernen, hat vielmehr damit zu tun, dass es für uns aus heutiger Perspektive so mehr Sinn macht. Die Entwicklungsgeschichte ist dabei eine andere.